Alles klar! Äh, okay, Tür ist zu. Da ist übrigens der Gold-Horder. Ach, da ist er ja. Guck mal. Hallo! Guck, guck! Äh... Moin und herzlich willkommen zurück zu Sea of Thieves mit der Kuh von der Captain Shift und Lea. Wir sind hier in den Tunneln der Gold-Horder unterwegs. Und die sind mit Pfeilen gespickt. Das ist ja total gefährlich. Wie bei Indiana Jones. Man muss hier verschiedene Prüfungen absolvieren. Und jetzt ist die Frage, wie weit ist es hier noch zum Boss-Fight in der letzten Mission Shores of Gold. Au! Oh, was? Nein. Ich hab nichts gesehen. Es war dunkel. Hat keiner eine Laterne gehalten. Mann. Ja, sorry. Das ist der Laternehalter als einzig, der nicht gestorben ist. Ja, warum wohl nicht? Ich glaube, ich hab's geschafft. Mann. Oh, nein! Ah, scheiße. Da war noch eine. Da kam noch eine am Ende des Tunnels. Oh, Mann. Ich bin direkt reingelaufen. Fuck it. Ja, das war wahrscheinlich die, die mich da vorhin auch erwischt hat. Das ist gut möglich, ey. Ah, Mann, ey. Das ist... Ich hör den Käpt'n nicht mehr, der scheint hochkonzentriert zu sein. Sag mal. Kommt da noch viel, ey, sag mal? Ah, ihr werdet doch Spaß haben. Verletz! Du warst doch grad noch da. Was ist denn hier? Was ist das? Was kann denn da? Ein Bär am Spieß. Ja, ich glaube, ich bin der Letzte, der das schafft. Will nicht angangen. Das ist wie im Sportfest. Was geht denn denn? Das ist quasi die Versinnbildlichung von einem Sportfest. Mhm. Von früher. Ach, hier ist noch eine. Ah, ja. Okay. Ah, ah, das ist noch eine. Oh. Mistvieh. Okay. Bin durch. Sehr gut. Nur der bußfertige Mann wird bestehen. Ach, du... Ich soll da jetzt... Nein, ich war zu... Oh, ich wollte es zu schnell machen, ey. Scheiße. Auf dem Schwebebalken? Ja. Wirklich hier? Ja. Ich sehe nichts. Es ist so dunkle Laterne. Händen wir dich. Händen wir dich. Ja, ich sehe dich, aber wie bist du da hingekommen? Aber warte mal. Okay, jetzt Kondensation. Ich weiß, ich muss den Anker bestimmt betätigen, aber ich wollte eigentlich auf die anderen warten. Ich will das hier nicht allein machen. Ich schaff's schon noch. Ich komm gleich noch. Ich hab's gleich. Wenigstens warte ich noch auf den Sarge, aber der kommt auf jeden Fall mit. Ich weiß, vielleicht macht der eine Abkürzung frei, dieser Anker, Alter. Meinst du? Nee, ich glaub, der triggert dann schon den nächsten Bereich dann. Nee, es geht doch schon weiter. Es geht ja noch weiter. Der Anker ist hier nur so mittendrin, quasi. Wo muss ich denn lang? Ich stehe zu wenig. Immer auf den schmalen Sachen. Oh Gott. Ja, aber hier über den Mast weiter? Ja, ja, über den Mast weiter. Aber hier geht's nicht weiter. Immer über den Mast weiter. Gott, ist das dunkel hier. Hier ist nur der Boost-fertige. Ach, da unten. Ach, hier. Ach, ich muss glauben. Verstehe. Ja, Glaube. Glaube. Und jetzt? Ja, jetzt weiter hier. Folge der Lampe hier hinten. Das ist der Weitgeflatter. Ja, da so. Der andere ist genau der Seite. Oh, ich seh euch da hinten sogar, ey. Krass. Alter, ich komm ja nicht rüber. Ich bin zu fett. Ja, das dachte ich mir bei dir auch. Was meinst du dich lang? Meine Bumpe. Was soll das denn heißen? Ja, ich bin da. Ich hab's jetzt geschafft. Ich bin jetzt auch über die Brücke. Also über die Fallen. Ich seh euch da unten. Gucken wir den mal. Ach du Scheiße, ich seh gar nichts hier. Gucken wir den mal. Sollen wir den mal? Machen wir mal, komm. Ja, das ist ja eh nur für zwei. Sollen wir mal machen? Vielleicht schalten wir was frei. Gucken wir mal. Tod. Wir ziehen gerade alles ein. Wir haben den Tod freigeschaltet. Oh, nee. Hier fliegen schon Vögel rum oder Fledermäuse. Das finde ich nicht so gut. Oh, Mann, mein Mikroarm. Bleib doch mal unten. Ich bin gestorben. Ich bin runtergefallen. Wo muss man denn da lang? Nein. Was denn? Was ist denn passiert? Weiß nicht. Was passiert? Wir können den Anker wieder geben und gehen lassen. Vor Anker gehen. Wir können den Anker gehen lassen. Wo wissen wir hingehen lassen? Ach, warte mal. Haben wir die Dinger genug gedreht? Das ist die Dinger. Nee, da hat es sich nichts zu drehen. Ich stand gerade eben schon. Wo wurde oder Warte mal. Dreh mal an die Anker. Doch, dreh noch mal dran, bitte. Nee, warte mal. Ich muss einfach nur. Ja, ja. Tatsächlich. Warte, nee. Dreh mal zurück. Zurück, zurück. Ach, warte mal. Nee, wir müssen jetzt. Jetzt dreht er sich langsam, ja. Ja, ich dreht ganz... Oh, scheiße. Warte mal. Ich verstehe das Spiel. Sag mal mal, wenn man dich stoppen muss. Aber offensichtlich... Ah, ich kann hier weitermachen. Ja, wie... Hier, warte mal. Wie komme ich denn hier noch weiter? Wo denn? Da musst du aufpassen. Wir müssen ein bisschen balanzen. Ja, da über die Planken drüber spielen. Genau. Ja, gut, aber... Ich springe. Bloß dich springen. Okay, nicht... Hier, hier geht's weiter. Ah, das war der Fehler vorhin. Genau so halten eigentlich. Und dann so leicht unter dir? Ja, genau. Ich hab vorhin gedacht, ich muss über den Mast da rüberspringen. Das war der Fehler. Halt jetzt einfach... Ja, einfach so halten. Jetzt alle können alle so rüber. Sarge muss... Ja. Ja, Sarge muss... Moment, ach so. Der Sarge macht gerade hier den Weg frei quasi. Ich opfere mich. Denk an die Mission. Lass mich hier zurück. Bin ich nur ballast. Nein! Nein, bist schon wieder gestorben. Ich bin voll... Ich wollte auf diesen kleinen Absatz rauf und bin abgerutscht. Oh nein. Ach, scheiße, ey. Warte mal, ich gucke mal, ob hier hinten noch was ist. Vielleicht ist hier noch irgendwie ein Schalter oder sowas. Hier ist eine Glocke. Wow. Ist das der Speicherpunkt? Das wäre jetzt zu geil. Oh nein, hier geht es mit Fallen weiter. Ja, ja. Okay, das ist eindeutig nicht leicht. Kann bitte jemand einen Discounter aufmachen? Sarge, wenn nicht, dreh das Ding einmal mal so lange, bis es hält. Ich guck mal. Ich spiel nochmal rum hier. Ja. Dann ist es ja auf der richtigen Seite, aber ich weiß nicht, ob das reicht für dich. Ah, okay. Dann muss man glaube ich springen. Vielleicht muss man wirklich ein Stück springen. Dann muss man das ja auch alleine schaffen können, ne? Ja, das ist der Speicherpunkt. Echt, die Glocke ist der Speicherpunkt. Ja, aber warum bin ich dann nicht, warum wurde ich dann jetzt nicht am Speicherpunkt wiederbelebt, wenn das der Speicherpunkt ist? Warum wurde ich dann jetzt wieder hinten? Ich hätte dich nur noch nicht gedrückt, so im Sinne. Ah, ah. Geht das? Ach Gott, ey, bist du irre? Ah, ah. Ist die Frage ernst gemeint? Natürlich. Ah. 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 Ich seh nicht. Warum ist dieses Lampen so dunkel? Warte mal. Scheiße. Hebe sie doch rechts an mit der Rechtsklick. Stimmt, das wird heller. Also echt jetzt. Mann! Bist du hier rübergesprungen über den Balken? Ja, ich bin gesprungen. Ich hab's auch geschafft. Oh, Spieber, ey. Das sieht so gruselig aus. Ich weiß, ich will ja gar nicht wissen, wie das aussieht. Hält die den Schnauze. Voll die Hälte, das sieht schlimmer aus. Warte. Du schaffst es. Äh. Oh Gott, nicht mehr weit. Du hast es gleich geschafft. Ja, wo, wo, da? Da drüben hin. Ja, genau. Warte. Nein, meine Lampe ist aus. Oh Gott. Hast du die Lampen geschöpft? Ja. Oh Gott. Ja. Danke. Ja. Hier ist noch ein Logbuch. Wo, wo, wo? Hier in der Kiste. Dank wo, wo? Ich habe einen großen Fehler gemacht. Ja, das stimmt. Toll, ich bin hier runtergekommen. Ich wollte nur eine Kleinigkeit, irgendwas um zu beweisen, dass ich hier war. Nur ein winziges Schmuckstück von einem Berg aus schätzen. Ich fühle mich nicht krank. Es geht mir blendend, aber das ist kein gutes Zeichen. Ich habe nämlich seit Tagen weder geschlafen noch gegessen. Irgendwie fühle ich mich verändert. Das Gefühl gefällt mir nicht. Ich verstehe es nicht. Aber ich weiß, dass es stärker wird. Na toll. Hm. Klasse. Ja. Na toll. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt funktionieren soll. Mal rüberspringen. Ja, ich mache das bestimmt nicht zuerst. Okay, lass mich vorgehen. Okay. Okay. Sieht gar nicht so schwer aus. Musst du das richtige Timing haben. Warte, ich mache euch Mut. Oh, scheiße, Mann. Das sah knapp. Das sah sehr knapp aus. Das war dezent knapp. Oh, okay, das war zu knapp. Das war zu knapp. Das war zu knapp. Nein. Oh, das haut da. Mann, das kann doch nicht wahr sein, das ist eine Scheiße hier. Spieß im Gesicht. Ach, Mann. Kann man vielleicht noch einmal links vorbeigehen? Nee, guck mal nicht. Nee, hatte ich auch erst gedacht im Gedanken, dass man das vielleicht links, aber dann muss scheiße mal echt drüber springen. Ja. Sind wir denn wahnsinnig? Naja, es soll ja auch am Ende ein bisschen spannend werden. Nur ein bisschen. Ich hoffe, ihr müsst jetzt ein paar Kuh jetzt nicht umgegangen. Nee, bitte nicht. Das muss jetzt ein Checkpoint sein. Komm. Ja, bitte. Das ist echt hart. Das wäre schon doof. You had one job. Ja, genau. Ja, okay. Oh, Gott sei Dank. Oh, Gott sei Dank. Ja, da ist er. Hat mich eigentlich das Spießchen unten oder die Schwinger? Das Spießchen unten. Das Spießchen unten. Okay. Ich nehme mal mehr Anlauf. Nein, nicht. Okay, vielleicht ein bisschen weniger Anlauf. Scheiße, Mann. Ich kann das nicht, wenn jemand guckt. Ja, komm, wir gucken alle weg. Okay, wir gucken weg. Ich habe es geschafft. Oh, ich habe es noch über meinen Kopf wischen gesehen gerade. Oh, ja. Alter Schwede. Ich habe eine andere Frisur jetzt. Sind hier noch mehr Fallen? Weil ich gehe vor. Ich finde es auch so. Locken, genau. Hier ist ein Brett drin. Ich höre was. Warum nimmt man sich nicht eigentlich die Bretter und legt die einfach über die Fallen? Da kommen sie. Oh, ja. Na, toll. Das sind auch noch so die Geister dabei. Hallo. Oh, es ist mir als Fünftel hier. Oh, eine Lampe. Oh, er ist geplatzt. Er hat eine Knappe. Nur Minions. Ah, es sind Minimis. Guck mal, er kann mich treffen. Na, da kommt noch einer. Leatherface. Komm. Ich weiß was grüßes. Ah, die komischen Laternen-Dings da. Und immer schön nach den Löckbüchern. Löckbücher. 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 Hier ist übrigens in der Kiste noch jede Menge Obst drin. Vielleicht sollten wir das nicht nehmen. Oh, ja. Gute Idee. Oh, ja. Dann müssen wir ein bisschen Essen mitnehmen und so. Nochmal aufheilen. Wird bestimmt gleich nötig sein. Oh, ja. Bestimmt. Wenn das hier schon so drin liegt. So bereichwillig. Mhm. Und wenn die sich hier schon so ausgraben. Das ist eine Munitionskiste. Ja, dann. Na ja, gut. So viel wie es bisher hier gerade angelaufen ist. Mann. Ein Mikroarm. Ein Mikroarm. Mein Mikroarm. Ich bin mit dem los. Hau bis zum Knag in der Holz hoch. 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 Vorsicht mit euch. Mikroarm Gesicht, Mann. Ja. Aber irgendwie die, die, äh, Geistersgelde muss man hier gar nicht anleuchten. Irgendwie die sind schon scheinbar nicht. Irgendwie so schon. Oh, das ist gerade hart. Hier ist einer, der sieht anders aus. Ja. Der kann, der kann nichts. Der ist dumm. Oha. Nein, ich meine hier zehn Captain, das Skelett Captain, nicht unseren Captain. Das muss ich an der Stelle nochmal ganz klar hervorheben. Der guckt nach einem Löffel. 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 Die Löffel. Mach schon mal die Tür auf. Ja. Guck mal auf. Also bisher habe ich hier noch nichts. Oh, oh nein. Ihr wollt gar nicht wissen, wie es weitergeht. Oh, scheiße. Ihr wollt gar nicht wissen, wie es weitergeht. Nein, ihr wollt definitiv nicht wissen, wie es weitergeht. Ah. Oh, scheiße, Mann. Guck dir das alles, der Fleischwolf. Was ist das denn, was ist das denn? Da kommen meine Würstchen her, die ich heute gegessen habe. Oh mein Gott. Da sind die also hergekommen. Äh, ja, rennen oder gehen? Was ist denn so? Wo denn? Brennen. Ich würde sagen, wenn sie rechts durchgelaufen sind, einfach hinterher so. Ja, das... Das ist gut, ja. Oh mein Gott. Ich bin tot. Ich bin natürlich wieder gestorben. Natürlich. Als Einziger. Gibt es eine Glocke hier? Ich hätte wieder bremsen sollen, dann hätte es geklappt. Einfach nicht über... Aber das sah cool aus, wie man da durchgelaufen ist. Ja. Oh, oh. Da ist er. Der Gegner. Nee. Und hier ist ordentlich in Mühe, ey. Vorsicht, sie kommen. Ach, ja. Aua! Oh nein, ey. Der ist so strafrig. Nee. Bis hier da. Das ist doch erst wie beim Sportfest, oder? Genauso scheiße. Peng! Voll in die Fresse, genau. Wo ist er denn? Ah ja, hier bin ich. Okay. Deswegen ist sie direkt davor gestartet? Ja, ja. Alles gut. Die respawnen auch die ganze Zeit. Nein! Ach, ich hätte es fast geschafft. Ich war beim letzten... Das letzte Ding hat mich noch erwischt. So eine Scheiße. Aua. Man muss wirklich viel früher losrennen, tatsächlich. Oh mein Gott, es geht genauso weiter. Oh nein. Oh Gott. Scheiße, ich komme hier hoch. Ach gut. Da oben? Ja. Ist noch irgendwo ein Logbuch? Hier bestimmt. Na ja, es ist schon spät. Könnt ihr mir wieder... Hilft ihr mir ein bisschen? Hier ist noch eine Munitionskiste. Mach ich doch gerade. Gieß das nur nicht. Oh hier ist so ein Art Captain. Okay. Ein Art Captain. Achso. Ein Art Captain. Ein harter Hund. Quasi. Prügelt ihn von allen Seiten. Die sind aber auch schneller geworden irgendwie, die Dinger. Die sind schneller geworden. Ja, I shit you not. Die sind viel schneller geworden, weißt du. Und wenn man den Captain besiegt hat, dann respawnt auch nix mehr. Das ist so. Ja, ich hab's geschafft. Ja. Der ist ja erst zu kommen, wenn man die Tür schon auf hat, oder? Ach, hier seid ihr. Ah. Oh, nee. Es kommen doch nicht. Die kommen offensichtlich erst, wenn ich da bin. Wahrscheinlich, sie kommen wieder scheiße. Jetzt bin ich schon weiterlaufen. Nein, warte. Nicht scheiße. Nicht laufen. Haha. Der ist erwischt. Warte. 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 Lauf einfach durch. Durchlaufen. Was? Einfach durchlaufen? Ja. Oh Gott. Oh Scheiße. Das war mehr unkoordiniert als koordiniert. Und jetzt. Hä? Da kann er durchlaufen. Was? Der ist nicht gekommen. Der bescheißt doch. Das ist Sheena. Vorsicht. Ja. Nein. Oh Gott. Das war knapp. Das war wirklich knapp. Kurz vorher stehen geblieben. Oh Feier. Oh hier ist ein Hebel. Ich weiß wie. Was? Nee warte. Nee. Ist gar kein Fall. Ich bin noch so. Hebel ziehen. Das ist bestimmt der Noob Hebel. Oh. Ah. Neun. Alter. Hat wer am Hebel gezogen? Ich war es nicht. Ich habe nichts gemacht. Ähm. Ich habe nichts gemacht. Ich gucke den nur an. Ich stehe nur an. Ich stehe nur an. Deswegen frage ich gerade. von da dran zu sein. Was? Äh. Muss ich mir ansehen. Was da passiert. Hallo Lea. Also hier. Hier ist noch ein Lockbuch. Hier oben dann. Glaube ich. Er hat auf mich gewartet. Genau. Wie ich es erwartet habe. Ich dachte dass er mich angreifen sollte. Ich sprang da hier. Lea sprangst du noch hinter diesen Dingern? Äh. Hinter welchen? In Kreisteilen? Ne. Noch davor. Okay. Ich habe es ja noch nicht geschafft. Äh. Was darf ich jetzt drauf treten und was nicht? Auf die Holzdinger die auf dem Boden sind sollst du nicht drauf drehen. Ich würde es gerade sagen ey. Aber hier sind insgesamt drei Hebel. Ich weiß nicht wofür die alle gut sind. Aber irgendwas öffnet die Tür. Also einer ist vorne am Eingang. Einer ist hier bei mir. Warum bin ich jetzt zurück gespawnt worden? Weil du da nicht. Darf da nicht zwischen gehen? Ne du bist zwischen den Felsen verpackt glaube ich. Du schwebt das ganz komisch in der Luft bei mir. Ne. Ja hat es geschafft. Mann. Setz doch mal um. So Vorsicht jetzt. Okay. Wo darf ich jetzt nicht hin? Nicht auf die Holzplatten. Die Holzplatten. Nicht auf die Holzplatten. Vorsicht da ist ein Hansel. Ja drei sind hier. Also soll ich mal den hier ziehen? Hier oben bei mir ist noch ein Logbuch. Okay. Wie komme ich da hin? Also ich bin von dir aus links an der Wand gelang gelaufen irgendwie. Und dann so ein bisschen über die Felsen gehüpft. Mein Hebel ist übrigens gezogen. Mhm. Der ist aktiv. Okay. War gut war der da? Ja. Oh scheiße. Warum bin ich jetzt tot? Oh scheiße. Warum? Warum lasst ihr mich hier alleine? Warum? Warum? Warum ist es einfach überall? Ich bin auch noch. Ich war doch gar nicht. Das war. Da war doch gar keine. Ich bin auch nicht. Ich glaube ich bin auf so ein Ding drauf gezogen. Ich bin auf so ein Hebel gezogen. Ich bin auf dem Hebel. Ich habe den Hebel gezogen. Ist mein Hebel denn jetzt noch gezogen? Der Bär nimmt alle Möchte in den Ton. Ja. Ich war es doch gar nicht. Ich habe gar nichts gemacht. Ich habe gerade den dritten Hebel gezogen. Jetzt ist die Tür aufgegangen. Okay. 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 Also ich weiß nicht. Ich war da gar nicht bei so einem Holzding. Doch. Doch. Es stand so drauf. Ich weiß halt nicht ob wir jetzt alle dieses Logbuch lesen müssen. Oder ob es reicht wenn das einer liest. Lasst uns mal alle das lesen. Ich glaube lieber alle. Würde ich auch fast vorschlagen. Weil dann warte ich hier auf euch. Wo steht ihr wo ihr hier hin müsst. Hallo. Also geht mal links rum. Weil ihr könnt ja hier über die. Ach da. Da drüben. Okay. Und dann über diesen komischen Leuchter hier. Da bin ich dann hier oben aufgehüpft. Genau. Dann liegt das hier zwischen den Steinen. Klavier. Scheiße. Wo? Ich bin heute gefallen. Warte. Hast du? Ja. Sehr gut. Zwischen den Steinen. Ach da. Ah da da. Er hat auf mich gewartet. Ach ich schrieb ja jetzt durch hier. Ihr könnt das pausieren wenn ihr das lesen wollt. Oh shit. Oh. So. Kurz mal umgedreht. Na toll. Hier geht es auch sehr einladend weiter. Ja. Wie tief geht das hier in die Insel? Das ist extrem geil. Krass. Na gut. Typische Schatz-Super-Höhlen. Mhm. Immer tiefer und tiefer. Es ist eine Wurstfabrik. Und Kugeln. Wichtig. Oh ja. Wer weiß noch was wir brauchen. Ey das kann wirklich sein dass wir die vielleicht brauchen wenn die hier sind. Warum sollten die hier sonst sein? Hier unten. Ja ich will es gar nicht. Ganz ehrlich das will ich nicht wissen. Hier ist noch ein Logbuch. Oder? Letzter Akt. Der von des freien Willens. Oh ja. Aber ich führe ihn nicht aus. Wenn es wirklich ein Heilmittel gibt für das was ich jetzt bin dann brauche ich den Schleierbann vielleicht um es zu finden irgendwann. Stattdessen werde ich die Juwelen verstecken die anscheinend seine Macht bündeln. Ich kenne viele alte Orte an denen sie vor den gierigen Fingern der Lebenden in Sicherheit sein werden. Der Schleierbann kann in seinem Tresor schlummern und seine Kraft erneuern. Und ich werde anfangen für ihn Schätze zu sammeln so wie er es will. Ich werde seine Sklavin sein. Ein Bösewicht. Ein Monster. Wenigstens weiß ich jetzt welches Gefühl ich gerade verspüre. Scham. Äh. Scham. Schande. 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 Schatz. Aber echt. Ah. So fühle ich mich ja gerade. Oh Gott. Das hört nicht auf. Das hört nicht auf. Hier geht es auch weiter. Ich habe hier wieder Stacheln. Oh das ist Indiana Jones ja definitiv. Aber richtig. Oh Gott gleich kommt es ein Felsen ey. Ja. Ich merke es schon. Oh ja. Ich bin ein Felsen aus. 80 Tonnen. Roll. Roll. Roll? Juros? Juros. Weiß hier doch was? Ja das sieht doch ein bisschen merkwader aus. Ich weiß ja was das ist. Du müsst ihr gebaut. Okay. Das frage ich mich bei solchen Filmen generell. Ach guck mal wenn wir eine Mehrung braucht. Ne? Wer hat das finanziert vor allem? Wer hat das finanziert das ganze Bauprojekt? Oh Leute guckt euch das an. Wow. Hier sind die Shores of Gold. Jetzt ist Zeit uns gegenseit zu töten. Ja. Alles klar. Oh. Tür ist zu. Da ist übrigens der Gold Holder. Oh no. Ach da ist er ja. Guck mal. Hallo. Guck guck. Schließt ihn nicht an. Ihr macht ihn sauer. Er hat eine goldene Schaufel. Doch der ist schon sauer. Erstmal nicht ihn ausreden lassen. Erstmal auf ihn schießen. Genau. Ja klar. Können wir das aushandeln? Da ist er. Wartet. Setz dich einfach drauf. Ja warte. Warte. Ich kröne mich jetzt hier. Ja komm schnell sitzen. Dann bist du weg. So. Perfekt. Ihr könnt mich alle mal. Gehorcht. Wir werden hier. Der schmeißt du. Ich hab keine Muni mehr. Der schmeißt du mit Geld. Das ist gut. Ja. Muss auch irgendwo. Holt das Finanzamt. Da kann irgendwas nicht stimmen. Der kann ich sowieso. Ach. Das ist Vater Staat. Der schmeißt du mit Geld. Ach. Ja. Scheiße. Alter. Ich hab die Hälfte meines Lebens mit einem Schuss verloren. Ja. Das ist das was ich die Leute die Drogenabhängig sind auch öfters mal sagen. Alter Schwede. Ah. Lohnt es sich das überhaupt mit dem in den Nahkampf zu gehen? Hier hinten bei mir in der Ecke. Direkt von dir. Der hinter dir. Er scheint sehr gut darin zu sein zu parieren. Ich zieh mich mal zurück. Ah. Diebe. Einwege. Sterben. Wo ist Munition? Ach. 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 Er schmeißt schon wieder mit Geld. Hä? Sie hängen an den Füßen. Der will uns spenden. Halt. Was gibt der mir? Der spendet hier die ganze Zeit. Wenn ihr es ihm gleich tun wollt liebe Zuschauer. Die Munitionskiste. Ah. Oh Gott ich bin fast tot. Nimm deine Sprengfässer nicht. Nimm deine Sprengfässer nicht. Aua. Ah scheiße. Gerne deinen Kanal abonnieren aber nicht. Ja. Hey. Hier sind ein Sprengfässer. Geil. Aua. Oder? Ist das ein Sprengfass? Ne. Was willst du denn von mir? Dann will dir Geld schenken. Nein. Ich will jetzt nicht. Ich will dein scheiß Geld nicht. Dann sagt nein. Ach Obst. Dann schenke mir Obst. Gibt es zufällig hier irgendwo eine Kanone oder sowas? Oh da kommt's. Oh Gott. Ich glaube nicht. Besseren Namen für die als Gold. Ich würde schon sagen das ist der letzte Knabe ist. Ich würde auch. Ich meine der saß auf dem Thron und wissen noch. Ja gut. Und er hat lauter Gold um sich rum. Ich meine. Das ist nur sein Vorarbeiter. Ja genau. Das ist nur der Balrog. Ja. Sind nur eine Munitionskiste. Bisher wieder eine gefunden ne. Ja. Mir macht er das Essen so rum. Obwohl Kisten wieder hier ist noch nichts weiter. Sehr gut. Wo ist er denn hier? Ja. Hier wo wir sind. Wo unser Name steht. Ah ja stimmt. Wo unser Name steht vor allem. Hahaha. Da er kommt Achtung. Aua. 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 Ich bin schon wieder fast vor. Du stirbst hier. Gott sei Dank nicht alle. Ich brauche Essen. Ich bin kein Eindringender. Ich habe das hier fair und ehrlich gefunden alles. Richtig. Hahaha. Die Tür überlassen haben. Die Tür. Die Tür war offen. Die war nie verschlossen. Ja. Hier Eingang. Ja. Bitte looten. Lass ich mir doch nicht zweimal sagen. Wo ist er denn jetzt? Ja oben. Wir sind nur mit Loot dran. Kann mir jemand sagen wo er hin ist? Ja. Hinten. Also am Eingang auf der Seite. Am Eingang. Also da war er gerade noch. Ah. Ja er gummelt hier. Da. Ja genau da. Au alter. Der hat aber ne Büchse ey. Ah. Oh oh. Du kleiner Horder du. Nein. Nein ich bin tot. Nein. Er hat mich weg gepustet mit seinem Geld. Fleisch ist schwach. Gold ist stark. Ja das stimmt schon. Aber trotzdem. Ja. Bam. Aber wer ist stärker? Das Finanzamt. Das ist ja. Ja. Das Finanzamt ist stärker. Vielleicht ist er ja der. Vielleicht war er ja. Vielleicht war er ja. Vielleicht war er ja. Der Finanzminister. Man weiß es nicht. Theo Weigel? Warte mal. Das ist ja aus wie Weigel. Wer hat gerade von euch gekotzt? Ich. Ich habe rohes Hühnchen gegessen. War das rohes Hühnchen dabei? Ja. Das war gar so ganz anders. Ja. Läuft. 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 Ihr kotzt mich an. Ja. Er ist alleine. Ja. Oh. Er wirft mit Geld. Sein Geld. Das sind irgendwelche Samen, die seine Minions erzeugen. Er ist quasi. Er kauft sich eine Söldnerarmee. Das funktioniert ja einfach. Es gibt so viel Kohle rum ey. Er kommt da. Das ist da rum exakt? Ja. Er kommt da. Er kommt da. Ah. Vom Alter her kommt es hin. Stimmt. Oh Gott. Ich bin was tot. Ah. Gemüse. Läuft. 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 Essen. Läuft. Ah nein. Ich bin rausgeklickt. Oh Gott. Er ist geschossen. Ah. Ich sehe ihn. Läuft. Läuft. Da hinten wieder. Oh. Da. Läuft. Ich habe irgendwas getroffen. Ja ich auch. Aber ich weiß nicht ob seine Buddy sind. Ich glaube es sind seine Buddybären da die da rumlaufen. Hoffentlich haben wir hier genug Obst und Gemüse. Das meinte ich ja auch schon. Wenn die Essensvorräte zur Neige gehen wird es eng hier. Ja. Boah. Boah. Wer ist. Wer schießt hier mit? Läuft. 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 Au. Komm. Die umzingeln uns. Schnell essen. Essen. Essen kann uns das Leben retten. Das ist also das mit der gesunden Ernährung von dem alle sprechen. Ja. Ja. zu den geilen früchten wechseln ich bin schon wieder nicht schreiben ihnen von hinten auf massiven wir euch hinterher läuft die focus in euch aber auch voll gerade das ist so lustig ich laufe dem gerade hinterher die ich mich alle ohne jedoch nicht ist euch eigentlich mal aufgefallen dass die skelette thaler in ihren augenhöhlen haben und manche haben auch noch leder kappen auf das sind die lesser fases was macht er denn der will mir die hand geben glaube ich schnell mal was essen granat äpfel sind auch ganz gut zum heilen der ist leer das sieht so lustig aus hier bei mir ist er wo mein name steht ah wo er seinen namen hat nein Ja, rüfe, ich drehe mal um. Humpelt ihr schon? Weiß nicht, wer humpelt. ARK! Nein, macht ARK! Das ist gut. Ich spiele ARK! Nein! Ah!